Auf der linken Verteidigungsseite der Berner, Lunde hat nur noch Gibbons vor sich und Lunde ist mit seiner Schnelligkeit, Gibbons zum Längenüberlegen und dank Lars Lunde werden die Young Boys Schweizer Meister 1986. Dumbia, perfektes Teil, Steilpass Zuspiel auf Hepperli, Thomas Hepperli, Tor! 3 zu 2 bei der Young Boys, 88. Spielminute! 2. 2. 2. 3. 3. 12.